Musik Bei The Drinks Company finden Sie the worldwide coolest fruit and herbal drinks aus eigener Erzeugung. Erlesene Direktimporte von den weltweit besten Destillerien runden das Sortiment ab. Vom Kräuterelixier nach alter Rezeptur über reinste Edelbrände, fruchtige Schnäpse, feine Liköre, Whiskys und exzellente Grappe bis hin zum modernen, alkoholarmen Drink reicht die Produktpalette der Drinks Company. Besuchen Sie die außergewöhnlichen Flagship Stores in Innsbruck und St. Anton und überzeugen Sie sich von der erstklassigen Qualität dieser besonderen Köstlichkeiten. Im exklusiven Ambiente reichen wir Ihnen exquisite Drinks Ihrer Wahl zur kostenlosen Degustation. Erfahren Sie dabei Interessantes über die akribisch ausgewählten Rohstoffe, deren Herstellung und Wirkung. Wählen Sie aus einer breiten Palette unterschiedlichster Formen und Größen Ihre Lieblingsflasche. Ihre Drinks werden live vor Ort frisch abgefüllt, versiegelt und anschließend liebevoll von Hand beschriftet. So wird jede Flasche zu einem echten Unikat. Unser ganzes Sortiment an coolen Fruit-and-Herbal-Drinks liefern wir Ihnen jetzt auch ganz bequem direkt nach Hause. Bestellen Sie jetzt im Online-Store.